Ach ja, mein Jerry, du kommst aus dem schönen Frankreich, hast du mir erzählt, ja? Du kommst mit einem Peugeot. Jetzt erklär mir bitte zwei Dinge. Einmal, wie kommst du in den Peugeot rein, so riesig wie du bist, und vor allem, wie kommst du wieder raus aus dem Peugeot?